So, nachdem ich nur eine Weile gesucht habe nach dem roten Schlüssel oder eine Tür zu unserem gelben Schlüssel, habe ich nichts gefunden. Gar nichts. Danach habe ich Cheats benutzt. ID-Clip. Für alle, die dumm kennen, das ist No-Clip-Cheat, das heißt man kann durch Wände laufen. Das sieht dann ungefähr so aus. Dann kann man an Punkte laufen, wo man normal nicht hinkann. Und ja, das einzige was ich interessantes gefunden habe, sind, oder was heißt interessant, sind diese nutzlosen Räume hier, wo ich mich töten kann. Und ja, nachdem ich da nichts weiter gefunden habe, habe ich mal im Internet geschaut. Und so wie es aussieht, hat diese Map einen Bug. Das heißt, wir können keinen roten Schlüssel, äh, ja, Knochenschlüssel, Kopfschlüssel, wie auch immer man das Ding nennen möchte, bekommen. Das heißt, wir kommen hier nicht raus, außer, wir benutzen Cheats. Und ja, ich bin doch selten nämlich. Ja. Komm, komm, lad, lad, lad. Also, wir benutzen Cheats, habe ich gesagt. Laufen hier raus. Hier rein. Machen den Cheat wieder aus. Und, gewinnen die Map. Yeah. Äh, an... Unter 3% Kills? Wie geht das denn? Egal. Anders kann man die Map im Moment nicht gewinnen in der aktuellen Version. Das heißt, außer... Jetzt schiedet sich alle Schlüssel. Oder startet die Map direkt, also die nächste Map. Und wir jetzt laden dann direkt mit dem... Rissen, Starter. Aber... Dann hätten wir jetzt nur die Pistole und die... V-Aus! Oh. Ja. Und volle Energie. Was vielleicht gar nicht so verkehrt wäre. Speichern wir vielleicht auch nicht verkehrt. Ich... Oh, ich habe wirklich nur nur 15. Und was zur... Was war das? Es töten mich schon Dinge, die ich gar nicht sehe. Ja, komm. Kennen wir schon da die nächste Map. The Inmost Dance. Komm. Lad, 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 lad. Okay, anders. Und er ist tot. Jetzt kommt gleich. Und du bist auch tot. Und jetzt speichern wir. Und warum mache ich das jetzt über das Menü oder über das Schnellspeichern? Ich... Hä? Äh... Okay, kann ich dann noch umräum? Was war das? Na, bloß komisches Geräusch. Okay. Ein komisches Geräusch. Mann, wäre ich schreckhaft. Ist hier schon komisch in der letzten Runde. Oh, oh, Geräusch, Geräusch! Oh, ich habe was gehört, ich habe was gehört. Ich habe was gehört. Oh... Naja, so weit sind wir noch nicht. Äh, das ist jetzt mit 14, glaube ich. Und, ja. Wir haben 5% Health. Das heißt also, uns geht's ausgesprochen gut. Und, ja. Naja. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ui, ei, 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 ei. Das quält mir immer gar nicht. Überhaupt gar nicht. Aber... Es kommt ja wahrscheinlich hergelaufen! Hm. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen, dass der jetzt hergelaufen kommt. Was so klar? Egal, nochmal. Äh, liebt er noch? Liebt er noch? Oh nein. Ist er jetzt tot? Ist er tot? Ist er tot? Iii, er ist tot. Und... Vielleicht soll ich erstmal speichern. 5% Health. Komm, gib mir... ...Matepick. Gib mir Rocket. Wo waren die, als ich sie gebraucht habe? Äh, ist zu zum Kommen. Red Key. Könnte man auch irgendwie mal markieren, dass man da einen roten Schlüssel braucht. Und... Da ist nix. Und es spielt wieder keine Musik. Warum habe ich keine Musik? Ist doch scheiße. Du, Musik ist so schön. Oh, geh auf. E... Hä? Hä? Ich verstehe es nicht ganz, wo ich hin muss. Äh... Das Dach so, da ist... Geheimdruck? Hä? Äh... Wie ich es hasse. Wie ich es hasse. Oder muss ich dann überspringen? Kann ich dann überspringen? Oder muss ich da runter? Oh, das war irgendwo geheimer Schalter. Geheimer Schalter. Nein. Okay, versuchen wir es mir jetzt rüberspringen. Habe es sogar geschafft. Das wurde das Spiel jetzt. Ich habe meine, da war das, dass ich da runterfalle und sterbe. Und... Muss ich da wirklich runter? Das wäre jetzt relativ scheiße. Relativ, ja. Jetzt sterbe ich. Wohl, wenn man dauernd springt. Oh, mir passiert gar nichts. Hm, okay. Uns passiert nichts im Gift. Warum auch immer. Noch irgendwo. Health. Health. Brauchen Heilung. Pflaster. Pflaster. Halt da. Pflaster. Sieht nicht aus wie ein Pflaster. Du bist kein Pflaster. Geh weg. Geh weg. Jetzt werde ich sehr oft speichern, bis ich in dem Health finde. Ach ja, komm. Könnt ihr euch einfach gegenseitig töten? Dammt, ich brauche kein Feuer. Ich bin nicht Raucher. Geh weg. Stirb. Scheiß Jinkern. Äh. Man heißt uns herzlich willkommen. Hier geht es nicht weiter. Ist da noch so? Nix. Noch ein Tode. Wie bewegt sich das? Es bewegt sich. Oder? Will ich mir das jetzt nur ein? Nein, wir bewegen uns. Hääääh. Ja. Wer hätte es gedacht? Ich bin zu blöd, den Unterschied zu erkennen, ob wir oder die Gegensicht zu bewegen. Ja. Komme ich da rein? Komme ich da überhaupt rein? Muss ich da rein? Scheinbar nicht. Ich bin zu cordisch. Ja. ARD Text im Auftrag von Funk